So, wir steigen mittendrin ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monde Wurfer 2. Ah, das ist nicht rein? Ich weiß es nicht. Wow! Ah, das ist die Situation nochmal. Da ist auch noch einer. Jawohl. Oh, da kommen auch viele noch. So. Oh, jetzt habe ich keine Monde mehr. Ach, das heißt nicht Kaplan, sondern Kaplan. Okay, macht Sinn. Kaplan. Soll ein Kaplan sein? Nein. Mach mal Ausblick. Was ist das? Das ist die Rakete. Videoübertragung von Satz steht. Satz bitte weiterverfolgen. Wir analysieren das. Houston, heute sind keine Satelliten startgeplant, oder? ASS hier Houston. Bereithalten. Wir haben hier eventuell ein Problem. Der Start gedacht ist, der macht der 21 und es wird immer schneller. Houston, hier ein. Wow. Als wenn, oder? Never ever. Never ever passiert das bei einer Nuklearexplosion. Oder? Ist die Druckwelle so stark, dass sie bis zu der Hämosphäre geht? Weil wir in der Schattesphäre... Wow. 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 EMP-Effekte? Ach du Scheiße. Stimmt. Das passiert ja tatsächlich. EMP. Bei dem Nuklearschlag. Okay, sind wir sicher? Warum löscht die überhaupt noch nicht? Aua, wow, 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 wow. Und? Können wir rausgehen? Was ist hier passiert? Okay. Es ist so... Stell. Wow. Hey, was zum... Mein Rotpunkt-Visier funktioniert nicht. Ich muss kurz auf... Gucken, ob wir aufnehmen. Ja. Ich schicke, es ist immer wieder. Das ist krass. Was? Der Rückpunkt funktioniert nicht. Tatsächlich. Ja, verdammt. Okay. Okay. Das ist übel. Wir müssen uns mit allen draußen sammeln. Corporal, dann vorgehen. Huah. Ah ja, stimmt. Für die Leute, die es nicht wissen, EMP heißt abgekürzt. Äh, elektromagnischer Impuls. Also auf Englisch heißt es... Electromagnetic Pulse. Puls. Puls. Puls, glaube ich, sogar. Kann man schon sagen. Und wenn das eintritt, fallen alle elektronischen Geräte aus. Können Marschall stellt ein Sonderkommando im Weißen Haus zusammen. Immer weiter nach Norden. Und wo wollen sie hin? Lässt allen sagen. Los, zum Weißen Haus. Sie haben den Mann gehört. Gehen wir. Ich glaube zum Meißen Haus. Dann, sie gehen vor. Huah. Huah. Sicher. Genau. Ich halte uns den Rücken frei. Ich brauche eine andere Waffe. Ohne Ruhpunkt macht es keinen Sinn. Gut. Jetzt haben wir alles. Ah, oh Ben. Wow. Die sind Geräusche. Wow. Moment, war das dann ein Verräter, der Typ vom Vorn? Aua. Geschossen. Fläsch. Ich glaube, der hat ne... Oh, der M16. Halt, das funktioniert? Der würde es nicht ganz normal als... Spielfernroh. Ohne. Gehen wir mal hier rein. Bisschen vorrücken. Was ist denn gerade? Was ist denn gerade... War das gerade? Der Drucker, der da absolviert ist? Wow. Ne, ne. Keine Granate. Ich muss jetzt killen. Und keiner von den Wegs anderen kommt. Oh. Oh, ne Striker. Da sind ja eigentlich noch viele Waffen um... TAR 21. Jawoll. Ah. Bullshit. Oh. Aber ne UMP. Holo. Ah. Mein Gott. Gibt es nicht ne normale Waffe hier? Obwohl, ich brauche kein... Holovisier. Ich kann die Waffen auch so spielen. Weiß ich mir nicht. Ich glaube, ich würde es euch beweisen. Ja, renn zurück. Das ist kein Problem. So. Nee, friss irgendeine Nadel. Mongos. Ich habe gerade selbst geblendet. Ja. Sie sind tot. Da ist das Eisenhower-Building. Das weiße Haus ist auf der anderen Seite. Ach man, wir müssen da raus. Okay. Dann untersuchen. Wir geben Deckung. Jeder ist tot. Das war's für ihn. Ruhig bleiben. Oh, wir haben es richtig gesehen. Okay. Okay. Lol. Sehr nervt. Was ist mit denen? Oh. Ich halte uns den Rücken frei. Los. wir meinen die hätten doch auch so die töten können ohne in stellung zu gehen ich meine muss nicht mal dass wir da sind was ist schon krass episch aus natürlich warten wollen ich spritte mal vor Lass mich mit dem Bus rein. Weiter geht's. Was löscht ich denn so grün? Ach hier. Geht auch schon vor. Der Eiver zählt langsam, Jungs. Oh, die ist im Raum. Oh. Das ist nicht der Präsidentenbunker. Echt sein. Öffnen. Ich bin schon mal ein Läufer bereit. Echt oder nicht, das Ding ist Geschichte. Ich hoffe, es ist durchzeitig rausgekommen. Okay. Ach du Scheiße. Ist der Präsident tot? Oh, es geht glaube ich weiter. Kann es sein? Weil sonst würde jetzt ja so ein... Das weiße Haus. Ja, es geht weiter. Das heißt, die Mission wird auch hier weiter. Oder warte mal, wie viele haben wir denn schon? Ich glaube, nicht ausreichend kann es sein. Ja, die Mission nehme ich auf jeden Fall jetzt hier. Hurra, würde ich mal sagen. Wie viel, ne? Wie viel hier so schön ist? Hier? Affen? Gut, gehen wir weiter einfach. Ah, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich suche keine Laptops mehr. Wenn die wirklich auf dem Weg liegen, dann mache ich das. Wenn ich das echt... Fett Bullshit, wenn ich jetzt jedes Mal so die Stimmung vom Spiel ruiniere. Ah, Mann, ich hätte es noch sein lassen. Okay, komm, wisst ihr was? Scheiß drauf. Oh, hallo. Das ist nicht in meinem Ernst, oder? Ne, P ist ein P, da kann ich das weiß, dass gewünscht rum noch haben. War doch gar keinen Sinn, oder? Ne, kann aber auch nicht sein. Ja, bin dabei. Ja, bin dabei. Da bin ich schon mal sicher. ich bleibe mal geduld die linke einnehmen hier deine ganze nachschieben zu brennen wagen und jetzt so nicht ich werde jetzt hier sterben wir haben schon was denn weil sie die raketen durchschlag schaden ich weiß wo der rotpunkt ist von daher kann ich auch damit spielen so schwer ist auch wiederum nicht, der rotpunkt ist ja eigentlich immer in der Mitte deswegen so der Pressraum dass da jemand ecker war Oh. What? What? Schütz mich. Oh. Recht vom Pass. Ich weiß, dass über mir jemand ist. Nein, ich war zu schnell. Ich hätte vielleicht ein bisschen lange was machen sollen. Ihr verrückten, grausamen Fahrzeug. Und eine Flash. Oh, sorry, Kaplan. So kochen wir die Granate. Und tschüss. Oh, da war der Anteil 21. Der Rotpunkt. Da war auch wichtigste mit C. Aber das ist ja krass. Nehmen wir den O&P. Und hier oben ist noch jemand. Ja, kommt die. So. Geht schon. Geht schon. Wir haben weniger als zwei Minuten. Weilung. 90 Sekunden. Wir müssen uns weilen. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Machen Sie Platz, machen Sie Platz, machen Sie Platz. Die. Ja, 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 ja. Mann verloren. Ab Platz! Eine Minute. Noch eine Minute! Los, los, los! der restlichen eine mutter stellen zum dach dabei er ist nicht an euch Ach so, die wollten nur das Weiße Haus anwerfen, weil da Feinde sind. Hui, das war Knäppchen, würde ich mal sagen, ne? 30 Sekunden, so, äh. Das Weiße Haus. Das war eine harte Woche, meine Herren. Wir haben noch viel mehr verloren. Wir werden uns erholen. Das ist einfach... Ich habe einen Blankoschake und ich werde ihn nutzen, um Makarov auszuschalten. Egal, was die Welt sagt, wir sind keine Wilden, wir töten keine Zivilisten, wir verwenden Präzision. In den Schatten versteckt sich ein Verbrecher und wir werden ihn ans Licht bringen. Wenn wir sein Gesicht kennen, werden wir Geschichte schreiben, Männer. Das sind die letzten Zufluchtsorte für Makarov und seine Männer. Klingt, als sollten wir an zwei Orten gleichzeitig sein. Unmöglich? Nicht für 1,41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird? Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Er teilt. So würde ich übernehmen Afghanistan. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchtrouten ab. Wir beenden es jetzt. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Alles klar. Scharfschützen in Position. Angriffsteam los. Makarov bei Sichtkontakt angreifen. Alles klar. Verstanden. Los geht's. Los geht's. Ja. In der nächsten Folge geht's los. Haut rein. Ciao.